Zeit, ein wenig besinnlich zu werden, meine Damen und Herren, denn hier ist ja der Mann mit den besten Tasten. Hier ist Helmut Zerlert mit seinem Keyboard. Das heißt, ihr dürft euch wieder als Texter und Sänger beweisen, ihr Lieben, und Sie können dabei helfen. Denn ich brauche jetzt einfach mal vier alltägliche Gegenstände. Fangen wir mal hier an. Autoschlüssel. Das singt sich ganz prima. Autoschlüssel. So, jetzt den zweiten von dir. Kleiderbügel. Und ich fahre weiter. So, der dritte. Schwangerschaftstest, nein. Das ist doch so richtig schön melodisch. Schwangerschaftstest. Und den vierten nehmen wir von da drüben. Kugelschreiber. Die Dame mit der Kette nochmal. Kugelschreiber. Kugelschreiber. Jetzt gibt es vier Begriffe für euch. Sie sind euch schon zugeordnet. Kommt doch einfach schon mal in die Mitte. Hätte ich ja den Hauptkollegen gezogen. Es soll nämlich der neue James Bond werden der neue Titelsong für den ganz neuen James Bond. Also der zweite mit Herrn Craig. Und für den Titel brauche ich jetzt noch ein possierliches, kleines, niedliches Haustier. Frettchen. 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 Sehr schön. Frettchen finde ich sehr schön. Der neue James Bond heißt nämlich, James Bond jagt das Killerfrettchen. Das ist der Titel des Films. Und diese vier... Gott, oh Gott. Kleiderbügel. Längere Worte gab es nicht. Nein. Wir hatten nicht genug Zeit. Wenn wir ein bisschen mehr Zeit hätten, hätte ich auch längere Worte schreiben können. Aber nein. Also, James Bond jagt das Killerfrettchen. Ihr Lieben. Und ich will all das hier hören, was hier drauf steht. Ich gebe es Ihnen noch einmal zur Ansicht. Du fängst an. Du fängst an. Mit Autoschlüssel ist dein, glaube ich. Oh, dein Autoschlüssel. Du hattest ihn verloren. Aber Gott sei Dank hast du den Kleiderbügel. Den kannst du aufbiegen. Und den Autoschlüssel damit suchen. Tada. Jedem Gegner gibst du den Rest. Und zwar mit Hilfe deines Schwangerschaftstests. Denn dein Kugelschreiber kann schießen und dein Schwangerschaftstest kann töten. Ja, dein Kleiderbügel macht sie alle fertig. Scheißegal, ob du den Schlüssel hast. Und der Kleiderbügel hatte sich dummerweise in der Unterseite. Und der Kleiderbügel hatte sich dummerweise in der Unterseite. Mit der Hose verfangen. Das tat weh. Weh. Mein Name ist Bond. James Bond. Das sagst du gefühlte zwölf Mal am Tag. Doch ein Name ist viel cooler. Und der lautet Dirk Bach. Dirk Bach kommt und schneidet dir mit seiner Schere den Kleiderbügel aus der Unterhose raus. Gott sei Dank. Dann holst du den Autoschlüssel wieder hinauf. Und dann steht es vor dir. Das Killerfrettchen. Hätten wir fast vergessen. Richtig. Aber es ist da. Und dann sagst du Killerfrettchen. Frettchen. 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 Geh an ins Bettchen. Frettchen. Ich schieß dich tot. Dann bist du Platz. Dann kommt M und X und L. Und mach dich fertig. Dann hast du's satt. Hört sich doch. Killerfrettchen. Abspann. Wir erholen uns ganz kurz in der schönen und dumpfen Produkte weg. Bis gleich. Das war's schon. Ich möchte auch sehen sich schnell. Und ich verrate denen dir jetzt, dass sie das eigentlich alles gar nicht tun müssen. Aber. Sie wollen halt. Und ich freu mich. Die nächste Woche. Das war schön ihr Haus. Das war's schon. Ich hab zu.